Die Souveränisten, so nennt sich die neue Fraktion im EU-Parlament, die die AfD jetzt gründen möchte. Wir gucken uns diese Entscheidung der AfD ganz genau an. Ist das sinnvoll, jetzt mit einer eigenen Fraktion zu starten oder nicht? Und damit moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo dalassen. Und noch eine weitere spannende Frage ist, wird Dr. Maximilian Krah Teil dieser Koalition bzw. Fraktion sein? Ja, wir gucken direkt mal rein. Wir wissen ja um die Situation, Dr. Maximilian Krah war ja der offizielle Grund, ich denke so kann man es sagen, warum Marie Lepel mit der Fraktion von ihr eben gesagt hat, nö, mit der AfD wollen wir nicht mehr arbeiten. Dass ich vor Wochen schon prophezeit habe, dass das nur ein vorgeschobener Grund ist, sie den Herrn Krah loswerden möchte, das sollte wirklich jedem, der ein bisschen sich EU-politisch informiert und guckt, mitbekommen haben. Dass die zwei sich spinnefeind sind, so habe ich es wahrgenommen, war doch nur klar ein gefundenes Fressen, um da wirklich das Ganze zu beenden, die Zusammenarbeit. Und dementsprechend ist es doch nur die logische Konsequenz, dass die AfD jetzt wohl angeblich, scheint aber so sich zu bestätigen, hingeht und eine eigene Fraktion gründet. Genau das, was ich vor ein paar Wochen ja auch gesagt habe, dass sie das machen sollten. Und vielleicht werden sie ja auch noch neben sich selbst, von der AfD die Kandidaten, auch noch ein paar andere Abgeordnete hinter sich vereinen. Und vielleicht wird diese neue Fraktion sogar eine der größeren und stärkeren im EU-Parlament werden. Das wäre doch mal angebracht. Denn wenn man sich mal auch anguckt, was die Fraktion von der Marie Lepel für eine, ja ich sag mal, eigentlich Politik betrieben hat, das war ja jetzt gerade finanziell, also wirtschaftspolitisch gesehen, nicht sonderlich konservativ. Aber wir gehen direkt rein. Der Herr Spiegel hatte hier zuerst darüber berichtet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Neue Sortierung im EU-Parlament. AfD startet die Fraktionsgründung, die Souveränisten. Und wir haben hier noch einen weiteren Artikel. Wir gehen direkt mal als allererstes auf diesen Namen ein. Souveränisten. Es gibt Leute, die finden den positiv. Es gibt Leute, die finden den negativ, habe ich hier in den Kommentaren nämlich gelesen. Und die Diskussion möchte ich mit euch nämlich gerne auch mal in den Kommentaren führen. Denn, hier zum Beispiel, der Rick hatte geschrieben, die Souveränisten. Das klingt albern und erinnert eher an den Film Das Leben des Brian. Wie wäre es mit Freiheit auf Latein? Libertas. Kurz, knapp und bündig. Und durch das Latein in jeder Sprache gängig. Wäre vielleicht eine gar nicht mal so schlechte Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Libertas, ne, Libertät, Freiheit und so weiter. Das fände ich schon ziemlich cool. Und auch, ein sehr gutes Argument hier, kurz, knapp, bündig und durch das Latein in jeder Sprache gängig. Ist ein sehr gutes Argument. Weil hier, die Souveränisten. Wird das jetzt jemand im Ausland überhaupt verstehen? Wird das im Ausland übersetzt werden? Wie wird damit umgegangen? Da finde ich einen deutschen Begriff für eine EU-Parlamentsfraktion nicht gerade sinnvoll. Muss man fair sagen. Allerdings hat der FI Ost was Gutes geschrieben. Warum? Die Souveränität der Mitgliedstaaten wird derzeit hart bedroht durch die Brüsseler Zentralisten. In den nächsten Jahren werden sich die Geister daran scheiden, ob die EU weiter aus, Klammern halbwegs, souveränen Staaten besteht oder zu einer Union nach dem Vorbild der Sowjetunion verschmolzen wird. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Kritik an der Stelle. Aber mit Souveränität, vielleicht hätte man es irgendwie noch anders übersetzen müssen. Ein bisschen allgemeiner. Vielleicht gibt es dafür auch einen guten lateinischen Begriff. Das hätte mir persönlich vielleicht nochmal ein bisschen mehr gefallen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare unten reinschreiben. Aber ich verstehe die Argumentation von dem FI Ost auf jeden Fall sehr gut. Dass nämlich die Souveränität der Mitgliedstaaten ja verloren geht. Das sehen wir ja jetzt seit Jahren mittlerweile. Und dagegen sich zu stellen, das begrüße ich. Muss ich ganz klar sagen. Sondern dann heißt es hier, die AfD will in der kommenden Woche ihre eigene Fraktion im EU-Parlament gründen. Laut Berichten des Spiegels wird die neue Gruppe die Souveränisten heißen. Ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie viele Mitglieder dann dort einziehen werden. Und wir gucken uns das Ganze genauestens hier an. Am 27. Juni soll im EU-Parlament das konstituierte Treffen einer neuen Fraktion namens die Souveränisten stattfinden. Eine entsprechende E-Mail an die EU-Parlamentsverwaltung mit der Bitte um einen Raum für 100 Teilnehmer liegt im Nachrichtenmagazin vor, heißt es. Grundlage für die neue Fraktion soll laut Spiegel die Sofia-Erklärung der bulgarischen Partei Vazrazhadane, sorry wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aus 2024 vom April sein. In der Erklärung heißt es, dass die europäische Bevölkerung durch die Aggression globalistischer Ideologien bedroht und ihr Recht auf Selbstbestimmung durch die Diktatur einer Bürokratie ersetzt werden würde. Es werden Bürokratieabbau und Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gefordert. Also schon ganz klar, wohin die Reise hier geht, welche Forderungen da bestehen. Und wir müssen uns generell aber auch nochmal einen Überblick verschaffen, wie sieht es denn im EU-Parlament aktuell eigentlich aus. Und das sehen wir nämlich jetzt hier, veröffentlicht auf der Basis von 2019. Dementsprechend wird das ja bald auch aktueller sein. Aber hier aktuell zur Stand ist von Februar 23. Seitdem hat sich nichts mehr verändert. Nur es könnte ja sein, dass jetzt ein Abgeordneter zurücktritt, hier irgendwas passiert und so weiter. Hier eine Fraktion aufgelöst wird und so weiter und so fort. Und welche haben wir denn hier? Wir sehen hier diese. Ganz komplett konkret sehen wir das hier von links unten angefangen. Die Linke, Co-Vorsitzende und so von Frankreich, Fraktion der europäischen konservativen Reformer, Fraktion Identität und Demokratie. Hier war vorher die AfD drin Mitglied oder jetzt aktuell ja noch, bis die Neugründung dann komplett durch ist. Fraktion der Grünen, ja die gibt es EU-weit, das ist halt erschreckend. Fraktion Renew Europe, Fraktion der progressiven Allianz der Sozialdemokraten im europäischen Parlament. Also so SPD in Anführungsstrichen. Fraktion der europäischen Volkspartei Christdemokraten. Und das ist ja hier von CDU, CSU. Manfred Weber ist ja da auch der Vorsitzende. Der hätte eigentlich ja der EU-Kommissionspräsident bereits 2019 werden sollen. So zumindest war es uns ja angekündigt worden und versprochen worden. Dass dann Ursula von der Leyen geworden ist, ist ein bisschen anderes Thema. Wir kennen es ja. Ja und dementsprechend so sieht das Ganze aus. Aktueller Stand. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie viele von den anderen Fraktionen dann auch sagen werden. Weil wir haben ja jetzt zahlreiche neue Mitglieder auch seit der letzten Wahlen da jetzt drin. Sagen werden, ja das ist doch interessant. Da gehe ich doch mal einfach mit rein. Ich bin gespannt und halte euch darüber natürlich mal offen. Deswegen jetzt das Abo nicht vergessen. Und dann heißt es nämlich hier, auch von dem Chef dieser Partei, schon am 29. Mai nach dem Ausschluss der AfD aus der ARD-Fraktion über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit gesprochen. Er sagte, Zitat, das ist eine sehr gute Nachricht, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, eine wirklich konservative und souveräne Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Konstantinow erklärte weiter, dass man auf jeden Fall mit der Alternative für Deutschland zusammenarbeiten würde. Also eine ganz, ganz spannende Entwicklung, wie ich persönlich finde, dass man hier schon zahlreiche Unterstützer offensichtlich dabei hat. Mal gucken, ob die wirklich geschlossen von ihrer Partei dort reingehen werden. Laut Spiegel seien mögliche Koalitionspartner für die AfD die Partei SOS Rumänien, Seacoba La Fiesta aus Spanien, Nikaha aus Griechenland, Confedera Reca aus Polen, Huntschi Republika aus der Slowakei, aus Ungarn, Hasan Mosgalum auch noch dabei und auch die französische Reconquette von Eric Zemmour könnte sich anschließen. Bisher gehörte sie zur EKR-Fraktion, die wir gerade eben auch gesehen haben. Keine genauen Informationen, ob die AfD auch mit dem Dr. Maximilian Krah hier reingehen wird. Ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass sie das geschlossen von der AfD aus machen werden und den Dr. Maximilian Krah nicht ausgrenzen werden. Und das ist die einzige richtige Entscheidung, wie ich finde. Schreibt eure Meinung dazu unten rein. Kennt ihr Dr. Maximilian Krah bereits hier? Danke fürs Zuschauen. Jetzt das Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.